Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Hören wir, was es uns heute zu sagen hat an diesem Sonntag aus dem Buch Jeremia im 23. Kapitel. So spricht der Herzheber Ott. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Munde des Herrn. Sie sagen denen, die das Herrnwort verachten, es wird euch wohlgehen und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Gott schenke uns ein Wort für unser Herz. Gott schenke uns ein Herz für sein Wort. Amen. Es liegt ein Unwetter in der Luft. Genau genommen war es schon da, das Unwetter. Es liegt immer noch Unwetter in der Luft. Sein Blick geht gen Himmel. Die Schwalben fliegen tief, die Wolken sie auch. Manche türmen sich auf zu einem Himmelsschloss. Es will regnen, es will blitzen und donnern. Jeremia steht fest mit beiden Füßen auf dem Boden. Seine Stimme ist klar. Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und das Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Sein Blick geht zu den Menschen. Er sieht nicht weg. Nicht durch sie hindurch oder an ihnen vorbei. Sein Blick trifft, trifft mitten ins Herz. Kaum auszuhalten. Es liegt ein Unwetter in der Luft. Sie, sie blicken auf das Regenradar, auf ihre Wetter-App. Das zieht vorbei, macht einen Bogen. Höchstens morgen, heute nicht. Nicht bei uns. Jeremias Stimme ist leise, aber bestimmt. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr? Und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Nestbeschmutzer, flüstern sie. Einer ruft es ganz laut. Nicht hier bei uns schreien plötzlich ganz viele ganz laut. Der will nur unserem guten Image der Stadt, nur unserem guten Image der Gemeinde schaden. Wenn wir ihn nicht zum Schweigen bringen, wird die Presse davon berichten. Mit uns, schreien sie, wird es so etwas nicht geben. Euch wird es weiter gut gehen. Unsere Heimat, unsere Regeln. Es ist doch alles gut, so wie es läuft. Wir brauchen niemanden, der meint zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und alles, was wir uns hier aufgebaut haben, in den Dreck zieht. Jeremia steht allein da, obwohl er einer von ihnen ist. Immer noch fest auf dem Boden verankert, immer noch wendet er den Blick nicht ab. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weiß, sagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Liebe Geschwister, ist es nicht merkwürdig? Es scheine es an euren Blicken zu sehen. Es ist schon merkwürdig oder niederdrückend, auf jeden Fall. Wir haben doch erst vor 14 Tagen Pfingsten gefeiert, am Stausee. Und einmal mehr, ein Jahr wieder, ist das Unwetter an uns vorbeigezogen. Kein Tröpfchen kam hinunter, Sonne pur. Acht Menschen haben wir im Stausee getauft. Hunderte Menschen waren Zeugen, waren eines Geistes am Pfingstfest. Das Fest der weltumspannenden Einheit des Geistes. Und heute, zwei Wochen später, blitzt und donnert es. Heute hören wir aus dem Jeremia-Buch. Da geht es heiß her. Es geht um die schroffe Scheidung des Geistes, der Geister, um den Kampf zwischen richtig und falsch. Richtige und falsche Propheten. Erst also Pfingsten. Jener Tag, an dem wir daran denken, wie alle Menschen in unterschiedlichen Sprachen sprechen und sich doch verstehen, eines Sinnes sind. Und heute? Ich vermute, wir sprechen alle Deutsch. Aber verstehen wir uns? Verstehen wir uns wirklich? Wir Christinnen untereinander? Oder auch nur wenigsten die evangelischen Christen in Deutschland? Oder nur wenigsten wir hier in Spremberg? Oder wir, die wir jetzt hier in der EKG sitzen? Verstehen wir uns? Sind wir uns einig, was richtig und falsch ist? Können wir das unterscheiden? Ein Kritiker, ein ewiger Mahner, zieht durch die Lande, seit Jahrtausenden. Er hält Plakate hoch, macht sie an Mauern und Laternen fest. Wird er angegriffen, frage ich mich, in diesem Jahr? Ist er sicher? Gilt seine Kritik auch für uns? Dieser Kritiker, dieser Mahner, heißt Jeremia. Es war sein Auftrag, an die Menschen darauf hinzuweisen, wenn sie sich verrannt haben. Kritik zu üben, am sozialen, am politischen, am geistlichen Leben der Menschen. Damals, vor über 2000 Jahren, da gab es sie noch, die Propheten, wie man, wie ich sie mir zumindest vorstelle, wie sie im Buche stehen und daraus wurde sogar ein Beruf gemacht. Man hat damit sein Geld verdient. Das war ein richtiges Business, das Propheten-Business. Jeremia aber hat dafür nichts als Ärger bekommen. Gewaltigen Ärger. Die damit ihr Geld verdient haben, die haben nach dem Mund der Leute geredet. Lasst euch nichts einreden, haben sie gesagt, das wird schon. Wer, wenn nicht wir, machen alles richtig. Schuld sind doch die anderen. Jeremia sagt den Menschen, siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Eine Gerichtsrede ist das, liebe Geschwister, und ich habe sie heute zum ersten Mal als Predigtext auf meinem Tisch. Ein Urteil wird gesprochen. Doch, Gott schickt uns kein Heer auf den Hals, er schickt uns auch keine Drohnen. Er sieht uns, er sieht uns untergehen. Gott sieht hin. Wir Menschen zerstören die Welt, die uns Heimat ist, die uns als Heimat anvertraut wurde, für alle Menschen. Doch wir Menschen, wir machen Menschen arm, wir machen Menschen reich. Wir Menschen rufen Frieden, säen aber Hass und Hetze. Wir Menschen wollen das Klima retten, aber anfangen nicht bei mir. Ja, es läuft doch ganz gut. Jeremia hat mit seiner Gerichtsrede Ärger bekommen. Die Menschen wollten nicht hören, oder besser, sie wollten etwas Schönes hören. Was Einfaches am liebsten. Etwas, von dem sie selbst zuallererst profitieren. Das ist damals so wie heute. Ich will etwas Schönes hören. Etwas, von dem ich profitieren kann. Deutschland zuerst. Mit uns, keine Ausländer. Oder und. Alles im Namen Gottes. Wer etwas anderes über Gott sagt als ich, der glaubt nicht richtig. Ein Kritiker zieht durch die Lande. Ich vermute, als Nestbeschmutzer würde er heute bezeichnet werden. Und als ich darüber nachdenke, habe ich mir das Wort Kritik nochmal angeguckt. Kritik. Das heißt nicht mehr als unterscheiden. Es kommt aus dem griechischen Krinein. Unterscheiden können, trennen können. Christlicher, wie auch jüdischer Glaube lebt davon. Kann nicht anders existieren, als kritischer Glaube zu sein. Ein unterscheidender Glaube. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was böse. Bildreich. Erst habe ich gedacht, ich kann eigentlich gar nichts hinzufügen, Petra, zu dem, was du gesagt hast. Und kann nur Amen sagen. Jetzt rede ich doch so viel. Bildreich stellt es uns Jesus vor. Aber, du hast es gesagt, dem größten Kritiker überhaupt. Gott sieht mit Jesus hin, ganz genau. Er sieht die Armut der Menschen. Er sieht die Menschen, die schlecht behandelt werden, mit denen niemand etwas zu tun haben will, vor denen wir unsere reichen Grenzen hochziehen möchten. Gott sieht hin. Er sieht nicht weg. Und wenn ich bereit bin, überrascht er mich immer wieder neu. Und ich kann nur hoffen, dass ich mich nicht immer erst im Nachhinein überraschen lasse, so wie es die Prophetie an sich hat. Es wird etwas prophezeit und im Nachhinein merke ich, das stimmt. Dass nicht wieder erst eine geistliche oder eine nationale Katastrophe über uns hereinbrechen muss, bevor wir dann sagen, oje, da hatte der Prophet mit seinen Mahnungen doch recht. Hätten wir das doch nur früher begriffen und beherzigt. Es ist uns doch gesagt, liebe Geschwister, ich will heute eins und am Ende auch ganz deutlich sagen. Es soll heute bei der Gerichtsrede, so glaube ich, nicht um Angstmache gehen oder irrationale, gefühlte Ängste zu verstärken. Auch wenn wir eben heute, ob wir es wollen oder nicht, eine Gerichtsrede um die Ohren geschmettert bekommen. Es ist und bleibt der Gott, der die Liebe ist, von dem hier geredet wird, so wie er sich in der Bibel vorstellt. Und die Liebe, unsere menschliche Liebe, die ist ja auch kein Prinzip, wo man ständig auf Wolke sieben und rosaroten Wölkchen, Flöckchen hin und her springt und freudig ist und sich verliebt anlöchelt. Unsere Liebe, die gegenseitige Liebe, die lebendig ist, die braucht auch manchmal Distanz. Die braucht auch manchmal Kritik und Mut zur Korrektur. Und ich glaube, ähnlich ist es mit Gottes Liebe. Der Gott, der die Liebe ist, der braucht auch Distanz und empfindet Zorn. Muss Gott nicht fern sein von den Menschen, wenn ich mich selbst ganz von seiner Bewegung der Liebe und des Erbarmens abwende? Wenn Menschen nur an ihr eigenes Wohlergehen denken, aber die Notleiden vor ihrer Türschwelle ignorieren? Gottes Wort will die Menschen nicht nur bestätigen und trösten. Er will sie auch verändern und in Bewegung bringen, in seine Gottesliebe mit hineinziehen. Wir haben einen Gott, der uns keine heile Welt garantiert, aber der bei uns ist, wenn es durch düstere Zeiten geht. Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Vielleicht ist es manchmal dann auch an der Zeit zu verstehen und zu bejahen, dass andere jetzt Gottes Nähe mehr brauchen als ich. Oder dass Gott selbst Abstand braucht, damit aus der Distanz sich Dinge neu zeigen und neu entwickeln können. Ich persönlich finde Jeremia in der Hinsicht sehr sympathisch und auch sehr glaubwürdig, weil er im Laufe des Buches immer wieder sich selbst kritisch hinterfragt und auch mit Gott in die kritische Auseinandersetzung geht. Und am Ende zeigt Jeremia, dieser ewige Mahner und Kritiker, auch er zeigt Wandelbarkeit. Er wird, als die Menschen dann Mut brauchten, als nämlich wirklich alles zerstört und am Ende war, er wird zum Tröster und Mutmacher. Prophetisch zeigt er ihnen, wie wichtig die Gemeinschaft ist, prophetisch miteinander zu reden. Ich stelle mir das so vor, wie ihr, wie wir prophetisch miteinander reden, nämlich klar und direkt im Hier und im Jetzt. Klar und direkt von der Gegenwart Gottes zu reden, von der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Und dann stelle ich mir vor, wie die Alten von ihren Träumen und Erfahrungen den Jungen berichten und wie die Jungen von ihren Visionen den Alten berichten. Dann kann ich heute nur hier stehen und meine kleine Hoffnung darauf setzen, dass es ein heilsames Gewitter ist, das da über uns hinwegzieht. Und der Friede Gottes, der unser Begreifen bei weitem übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.